Tag 4 Okay Ja gerade nicht Ich bin gerade nicht mit der Stimmung zum Clips Machen Wir könnten eigentlich das geile Essen machen Aber wir haben keine Karotten Ich würde sagen nächste Nacht gehen wir mal in den Supermarkt So wir craften auf jeden Fall noch so eine Wasseranlage Und ein Metal-Workshop wäre noch ganz nice Ja Hungrig, 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 okay Bruno geht auf jeden Fall mal was essen und legt sich dann hin Ist die Frage Oh Gott, Streamlag Keine Ahnung was jetzt schon wieder mit Twitch los war Oder mit Restream Wenn mal wäre der Stream weg Weil es am Tag scheinbar viel zu riskant wäre Keine Ahnung Wir packen mal einen Filter rein Der kann sich mal hinlegen Ist eh logisch von dem her Schneller Läufer, wir brauchen derweil noch nix schnelles Ich bin froh wenn die viele Slots haben Wir haben noch 16 Grad, ist ganz cool Hm Ist eh keiner krank oder so Nein passt Sind alle einfach nur müde Passt Was Wir können derweil nicht wirklich viel machen Wir haben keine neuen Targets bekommen Doch das Doppelhaus Hm, aber ich glaube wir schauen mal in den Supermarkt Große Menge Teile, okay So wir nehmen wieder unseren Großen Träger Dann darf Pavel mal Bruno ist grad so schön wach Dann passt das Ab in den Supermarkt Nein Was ist heute mit Restream los? Jetzt ohne Witz Was ist mit Restream los? Ich hab nicht mal annähernd Verbindungsprobleme Und Restream meint so Nope Da drüben glaube ich Wird grad irgendeine richtig hart rangenommen Ich hör zumindest ne Waffe Da sind zwei Menschen Und irgendwer hat grad gemeint Er will der Kleinen irgendwas tun, genau Bist du auf der Suche nach etwas? Hm? So nach dem Motto glaube ich war das gemeint Mal schauen was sich da unten noch tut Essen Armes Mädchen Ich kann dir etwas Essen für einen Gefallen geben Hm das klingt irgendwie nicht gut Bring doch hoch Oh mein du schau nochmal durch Das da unten hört sich echt nicht schön an Irgendwie Wie kackt heute die ganze Zeit Restream weg? Ich würd sagen wir warten mal kurz bevor wir irgendwas machen Nein ich befürchte das kann ich nicht Hm Was ist los? Dankeschön Restream Jetzt bist du wieder da Und wie du das kannst Uh jetzt seh ich auch was Jetzt bin ich neugierig was der da will Von ihr Sie muss tun was er sagt Sie muss nach Hause Oh Wahrscheinlich Ich hoffe der schießt jetzt nichts Du kommst Oh Uh die hat ne Waffe Ich glaube wir müssen aufpassen Ah ja Das hört sich nicht sehr freundlich an Was die da unten so treiben Von dem her Okay sie gehen Das heißt wir könnten eventuell wenn die weg sind Mal looten gehen Okay die sind weg Die können da mal rein Oder wir gehen unten rein Je nachdem Die sind weg Okay die sind komplett raus Ich hoffe es ist nichts sonst noch irgendwo wer Wir schauen mal da durch Okay schaut aber gut aus Schaut ziemlich gut aus Ne alles nehmen was los Es gibt hier auf jeden Fall schon Versteckplätze Das könnte potenziell noch irgendwo was sein Mal schauen Was es denn so tolles hier gibt Äh Zucker brauchen wir eigentlich nicht wirklich Komm weg Bücher Als Brennmaterial quasi Was gibt es da so Okay das ist ein neues Slot Brauchen wir auch nicht Es sollte noch gehen Okay Schauen wir nochmal da rüber Aber ich habe bis jetzt noch kein einziges Stück Essen gefunden Was ist los? Ja Äh da ist was zu essen Okay Bräuchten derweil eigentlich keine Waffenparts Könnten derweil eher mehr Teile mitnehmen Weil wir können uns ja merken dass hier Waffenparts gibt Dann könnten wir theoretisch eine Waffe bauen Was ist heute los? Irgendwie kack dauernd das Stream weg I don't get it Nächstes Mal stream ich wieder nur auf Twitch Weil Restream Bitched irgendwie so ein bisschen herum in letzter Zeit Mh Mh Wie könnten noch das 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 da weglegen Ich hab keine Zigaretten für Bruno Muss ich mal verantworten Irgendwer schießt dem hinterher und das gefällt mir also absolut überhaupt nicht Egal Aber mich fragt ja keiner Ja So nochmal da rüber schauen Was es da so tolles gibt Ich hätte halt noch gern so Gemüse Dann könnten wir halt zwei für eins Essen machen Ist halt relativ nice Es gibt halt absolut nichts Was ist los? Ah Ah Elektronikteile weg Das gibt's ja nicht Wo ist das ganze Essen das vorher versprochen war? Wasser Ok Ein Buch könnten wir noch zwei Holz mitnehmen Das bringt mehr So und dann schauen wir noch dass wir irgendwie ein bisschen Gemüse finden Dann passt das Also auf jeden Fall noch ein bisschen Fleisch So Dann kann die ja mal runter gehen Ich hoffe der kann da runter springen Nein Doch kann er Dann gehst du mal da runter Und schauen wir mal in den Keller Wohl da war auch noch was Vielleicht da Ich weiß nicht ehrlich Was? Jetzt ist schon wieder der Der ganze Stream weg Was ist los? Vielleicht ist irgendwas falsch mit Restream Oder stream ich einfach mit dem falschen Profil? Passt eigentlich Äh noch Wasser Passt Wir haben haufenweise Wasser Aber wir haben absolut kein Gemüse gefunden Oh Du schauen Ok Da schaut's noch ganz okay aus Da ist noch ein Einkaufswagen Da könnte noch was drin sein Nope Ist halt schon drei Viertel von der Zeit Ok da ist nur ein Bett Wir wollen uns jetzt aber nicht schlafen legen Wir wollen eigentlich noch Action machen Problem ist halt Bis wir da durch sind Es die Nacht vorbei Es geht sich halt nie aus Egal wir probieren's mal Und schauen wie weit wir kommen Aber ich glaub das geht sich nicht mehr aus Das wegen dem ich eigentlich gekommen bin Haben wir nicht bekommen Was ist los? FeelsBadMan Hm Hm So Hmhm Nein das geht sich nicht mehr aus Bräuchte halt echt ne Schaufel Das ist ja voll nice Hmhm Oh die Schaufel ist halt echt blöde Ich hab schon 7% gedroppte Frames den Stream Was ist los? Bei Rot läuft er schon zurück oder? So quasi die Notzeit So quasi die Notzeit Egal wir laufen Es ist einfach ein Problem Komm 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 du schaffst das Du schaffst das Oh das wird echt knapp Es wird verdammt knapp Ok es geht sich raus Please 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 yes Alle 10 Minuten Werbung What? Und ich bekriege nicht mal Nicht mal was dafür Oder kann auch nix dafür Was los? Das ist nicht schön Alle 10 Minuten Werbung Ich kanns leider nicht steuern Ich bin kein Twitch Partner Sonst würde ich einfach sagen Wir machen in der Pause Werbung Aber ich bin kein Partner Yes die Nacht war ruhig Das war der Koch Das war der Koch oder? Leicht krank Ich darf mal die Medizin nehmen Was gibt's dann? Leicht krank Hungrig Okay er ist mal nicht äh sehr hungrig Ah dammit Egal er geht mal Bisschen Brennholz machen Weil wieso auch nicht Wir verbrennen mal nur ein Holz Herstellen Passt dann kann Bruno gleich was kochen Weil ich glaube mit dem Bekommen wir das alles Bisschen billiger So Leicht krank Der legt sich dann mal hin Ah Er darf dann wache stehen Die Nacht Aber wir brauchen auf jeden Fall noch mehr zu essen Okay er ist aber nur hungrig Der kann sich nochmal hinlegen Nein kann er nicht Bleib da Er kann gleich was essen Er ist traurig wegen dem kleinen Mädchen Ja Wegen Pavel sogar Ha Ich habe das Ja Dann werden wir die jeden Tag Mal ein bisschen chilliger angehen So er kann gleich noch was zu essen machen Was wird er dann nachher essen Nachdem er Ja genau Das Mädchen Das arme Ding Konnten wir nichts machen Sorry So wir brauchen auf jeden Fall Haben das Wir bräuchten mal eine Metallwerkstätte Das wär halt nice Platzier die mal Er geht schlafen Das passt Uh das wär Äh was mit ihm Zu traurig und müde Er geht mal an die Tür Ah das Spiel ist schon ganz gut gemacht So sprechen wir mal mit ihr Zum Glück sind sie hier Okay Bitte helfen sie bitte Okay Okay wir werden mal helfen Verdammt ich habe ihn mit geschickt Ich dachte mir da gibt es Wenn es auf Twitch laget Liked es auf YouTube genauso Es ist genau das gleiche Verdammt jetzt habe ich ihn kranken müden Und weiß ich was mit geschickt Dammit Wieso nimmt er eigentlich den Ja wir können uns die Schaufel bauen Messer wir haben keine Teile Nein wir haben nicht den Kranken mit geschickt Wir erwarten das Sehr hungrig okay Das heißt aber wir sollten jetzt noch kurz Der soll noch essen gehen Und dann geht der auch schlafen Und wir schauen mal dass wir irgendwie Durch die Nacht kommen Und hoffen dass wir irgendwie eine Belohnung kriegen Nein dauernd laden sollte er nämlich nicht Er sollte eigentlich nur ein bisschen buffern Weil ich hab ein bisschen Framedrops Okay Ja er mag nicht schlafen Das heißt wir werden den Tag beenden Und direkt in die Nacht durch starten